So ihr Lieben, Willkommen zurück auf IONS. So, und zwar wollten wir jetzt erst einmal die Questen abgeben. So, wo fangen wir da an? So, wir fangen mal... Ja, hier, damit fangen wir an. Auf die Karte. Ja, das ist eigentlich... Ja. Ilios, Ilios... Was ist? Ilios, Ilios ist wahrscheinlich hier drin. Mal reinlünschen. Ja. Das Händler... Schön. Okay. Das muss doch... Aber hier... Was ist da hier hinten? Gilde. Aber... Hier ist Ilios. Mit dem Abgeben der Quest. Äh... Ohne... Das alles mit der Questen annehmen. Na gut, da gehen wir erst mal... Gucken wir mal hier. Gucken wir mal hier. Warum blinkt denn das da immer? Ja, aber wie kann ich ihn? Was ist denn das hier? Das ist der Pfeil. Äh... Finden. Wir drücken mal auf finden. Ja, das zeichnen wir mal da an. So. Auftrag. Ja, dann... Ja, dann würde ich sagen, wir... Äh... Ja, dann würde ich sagen, wir... Äh... Geh ne Ahnung. Ach, wir nehmen einfach noch mal... Wir quatschen mal mit denen da hinten. So. Wir quatschen jetzt mal mit denen da hinten. Na. Was sagt meine Liste? Ja. Geht in Ordnung. So, wir nehmen das mal an. Bis bald. Ne, das ist... Welche Richtung? Flugdeliberate. Okay. Ja, wollen wir das machen? Wir fliegen mal eine Runde. Wir machen es einfach mal. Genau. Und wie funktioniert es? Wir drücken mal hier drauf. So. Kostet es ein bisschen... Gold oder... Wie ist denn das? Äh... Naja, okay. Gute Reife. Wir machen es einfach mal. Und dann können wir mal. Wir gucken mal, wie wir fliegen. Schön. Ja. Wir fliegen. Ja. Ich fuchse mich noch in das Spiel rein. Irgendwie fuchse ich mich noch in das Spiel rein. So richtig. Und dann wird es auch, glaube ich, interessanter. Sorry. Oh. Frosch im Hals. Sorry. Oh. So. Da wird es, glaube ich, auch noch interessanter. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Haben wir das gemacht? Ja. Dann nehmen wir einfach mal... Was weiß ich. Quest. Oh. Die Musik. Wünscht ihr etwas von mir? Ja. Nehm ich mal an. So. Einfach machen. So. Dann nehmen wir das hier. Einfach machen. Die Kobolde führen etwas im Schilde. Aha. Okay. So. Einfach annehmen. So. Seht euch vor bei der Lücke. Die Kobolde führen etwas im Schilde. Das machen wir auch hier. So. Das machen wir auch hier. Baramine ist ein riesiger Kessel. Die Kobolde bewaffnet den Tag und Nacht. Die Intro-Videos sind eigentlich schön. Ich finde die Intro-Videos eigentlich schön. So. Was haben wir hier? Okay. So. Bei den hier. Wünscht ihr etwas von mir? Machen wir mal ein Schritt. Das hier. So. Wünscht ihr etwas von mir? Ja. Wir nehmen erstmal alles an und nehmen. So. So. Furcht und Schrecken dem Feind. Haben wir jetzt noch etwas? Die Eintrückung. Wir sind da unten. Okay. Aber ich würde gerne mal die Questen abgeben. Die ich jetzt habe. Wie zum Beispiel das hier. So. Wir müssen immer da hin. Aber. So. So. Wir machen eine Schneureise. Es bringt die Mutter. Aber ich finde nicht. Dann mach erstmal eine Teleportion. So. Wir teleportieren auch schon mal. So. So. Und zwar. So. Und zwar. auch noch tausende annehmen wissen wir nehmen dora an und ich möchte aber gerne eigentlich mal welche abgeben was wünscht ihr verkaufen wollen wir was wünscht ihr das war schon kommt jederzeit wieder wissen immer weiter haben wir jetzt etwas abgegeben dann gucken wir uns der boot noch immer so komisch so haben wir jetzt noch euch ich würde sagen wir machen mal auf die karte und laufen mal hier runter vielleicht können wir da noch irgendwie was abgeben sieht nicht so ist der boden sieht auf immer komisch aus naja gut wir laufen mal hier hoch vielleicht können wir da noch etwas auf die karte wo sind wir hier ne da haben wir ja nichts da haben wir was wir reißen da mal hin ich hoffe die musik ist nicht so laut hoffe ich mal und hier dreh dich seht ihr nicht dass ich zu tun habe ne seh ich nicht du stehst nur rum so haben wir das auch abgeschickt oh der hat schon wieder eine neue was wünscht ihr ja hier einfach annehmen geht mir aus den augen der ist ja freundlich der ist ja so freundlich so was haben wir denn noch zum abgeben hier unten das eigentlich so karte anzeigen müssen wir da hoch ich glaube das können wir ich glaube das können wir laufen weil immer teleportieren das geht natürlich in die kohle und die kohle brauchen wir wahrscheinlich dann später auch noch massig denke ich mir mal wir laufen mal ein bisschen lauf 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 hier lang auch nicht so kracht noch die stehnt ja rum ey ist ja wahnsinn so das sind wir jetzt hier da leuchtet was ja ihr leuchtet was guten tag wir machen euch einfach mal das hier ja gut so dann dann das das willkommen es war mir ein vergnügen ja mir auch war sehr sehr gretselig so haben wir jetzt noch euch und wie was ja welthüterin die gelben ich glaube mal das gucken wir dann müssen wir ja wieder zurück ist ja wahnsinn dann laufen wir jetzt wir haben doch hier unten noch was gelbes da kommen wir da oben ein so da feiten wir mal da hin ja das wird wahrscheinlich ein sehr langes gameplay let's play wie man es nimmt weil hier hat noch so viel zu tun das ist ein wahnsinn das ist einfach nur ein wahnsinn ich glaube ach da ja der anfang ist schwer da geht es wirklich nur um questen dass wir aufsteigen dass ich zu tun habe du bist aber sehr freundlich zu uns sehr freundlich so ist das auch weg dann haben wir hier noch was blaues seh ich gerade ach da so wie kann man eigentlich in den spiel retten guten tag so dann mal guten tag und ja nehmts an wird da irgendwas passiert gehabt euch wohl ja du auch so da haben wir das jetzt dann rennen wir mal also wollen wir uns teleportieren dass wir die hier jetzt noch kriegen aber wir laufen mal wir laufen mal weil wir es auch teleportieren das kostet so und ich denke mal wir wollen ja irgendwann mal auch noch waffen kaufen und hast sie nicht gesehen von daher ach da drinnen licht was da 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 ich sehe es ich sehe es oh schön so mal sehen wir es hier ariels licht scheint auf uns ne freilich so was ist das jetzt hier wir sind aber hier ariels licht scheint auf uns ariels licht scheint auf uns ich habe genug gehört ja bitte mögen die schatten euch n ariels licht scheint auf mögen die schatten euch nie einholen ja so so wir haben da aber noch was blaues blau ist euch irgendwie ach hier ist ja immer was ariels licht mit euch ariels licht mit euch so habe ich das nicht ja so haben wir das fertig aber hier ist noch was blaues sehe ich gerade hier eigentlich hallo so dann gehen wir zu der mal noch lasst euch ruhig Zeit so mal annehmen alles mal annehmen ja so so dann war es das lebt wohl ja nö ich will ja nicht lebt wohl sagen nach höherem streben ist mein Wahlspruch ich will mal was verkaufen hier denn wir können die stiefel anziehen nicht schlecht auch die ach das sind okay die wir jetzt tragen sind ah okay die kann man anlegen ok und was ist das ja erholungszeit sehr hoch der wiederherstellung ja da kann man eigentlich auch den was kriegen wir an kohle ja ich bin schon was das verkaufen der rest können wir mal kaufen was ist das hier ich glaube das ist äh das brauchen wir von ne quest das lassen wir mal so da legen wir jetzt gehabt euch wohl noch mal die stiefel an die legen wir jetzt an ja wow sieht ja nice aus jetzt haben wir die stiefel so die können wir gleich verkaufen nach höherem streben ist mein wahlspruch warum nehme ich es im metall her so die können wir hier verkaufen kriegen wir ein gold und was ist es hier ist so damit wird ich erstmal sagen ja gut wir haben ein bisschen was gemacht wir haben ein bisschen was verkauft und in der nächste folge geht es natürlich dann weiter so und ich würde sagen wir sag ich sage erstmal tschüss und wie gesagt bewertet das video und ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht gut das war ja erstmal tschüss